Er ist das reiche Söhnchen mit einem Goldlöffel im Mund, was ein bisschen in Wrestling spielt. Und so wurde er von vielen wahrgenommen. Tony Khan hat reagiert auf Aussagen von Cody Rhodes. Cody Rhodes hat AEW als Secondary Promotion bezeichnet. Und Tony Khan reagiert darauf und hat gesagt, We certainly won't be a secondary promotion at all in. We are number one in the UK on TV with a record gate. I have a lot of respect for Cody. I know these weren't his words, to be fair. But we are not a secondary in a lot of markets. For the first time in a long time. WWE has been a secondary in a lot of markets. I'm proud of where we are. And we are not taking a backseat to anybody. Ich halte es, ich halte es für ultra clever, was er hier tut. Ich halte es für ultra clever. Er nutzt die Stallvorlage, dass WWE endlich mal, oder WWE Angestellte, endlich mal, wenn auch nur indirekt, über ihn sprechen und über seine Promotion sprechen. Und was macht er? Er antwortet sofort drauf und übertreibt natürlich. Also wenn er sagt, die sind die Nummer eins in UK, dann muss man dazu sagen, die laufen mit dem Free TV, WWE nicht. Ganz klarer Fall. Wenn er sagt, größte Veranstaltung aller Zeiten, dann ist das Marketing. Aber das Record Gate, das kann er so argumentieren, wenn es rein um die Einnahmen geht. Zumindest in UK. Okay, das ist das Einzige, wo ein bisschen konkreter wird. Und dann sagt er im Endeffekt ja nur, wir sind in vielen Märkten die Nummer eins. Er sagt aber nicht warum und er sagt nicht wo. Das ist ultra smart. Er bedient seinen eigenen Bubble, aber er kriegt halt im Endeffekt dieses Aufsehen. Ich finde die Antwort durchaus clever. Also da hat Tony Khan ja schon verstanden, dass er sich verkaufen muss. Weil das ist eine andere Aussage, wie ich stelle mich jede Woche hin und mache ein Big Announcement oder ein Huge Announcement. Das ist einfach clever gespielt am Ende des Tages. Wo diese Märkte sind, I don't know. Bumpack, Kentucky, Hinterland in Indien oder sowas. Man weiß es nicht. Vielleicht gibt es diese Konstellation in anderen Ländern auch, dass sie im Free-TV laufen, wie sagt die UK. Natürlich haben sie mehr Zuschauer, weil sie im Free-TV laufen, als das für WWE der Fall ist. Lustigerweise läuft es ja in UK jetzt auf TNT, was ja quasi BT Sports war. Ich finde es aber durchaus interessant, wie gesagt, dass Cody sich überhaupt ein Stück weit geäußert hat über das Khan-Angebot. Das war ja der Ausgangspunkt. Cody hat ja gesagt, die hat ein tolles Angebot und das hätte auch inhaltlich gepasst, aber er hat sich dagegen entschieden, blablabla. Da ist er schon drauf eingegangen und dann kam diese Aussage mit diesem Secondary. Und Triple H hat das ja dann nochmal aufgegriffen und darauf reagiert er jetzt. Das ist ultra clever. Wenn WWE so eine Stallvorlage bietet, haben sie es unterschätzt, dass Tony Khan das macht, glaube ich. Oder es ist ihr wirklich gänzlich egal. Oder es ist die Idee dahinter, ihn zu triggern, dass er sowas raushaut, weil sie auch wissen, naja, es gibt auch viele Die-Hards, die jetzt sagen, ja, aber es ist doch so. Tony Khan hat All-In. Mehr hat er nicht. Und All-In ist eine Geschichte, die funktioniert, weil es das erste Mal auf diesem Markt agieren. Und dennoch muss er es verkaufen. Bestmöglich. Und das tut er hier. Also, weil er damit Leute erreicht, die nicht ohnehin im AEW-Kosmos sind. Da muss ich auch mal sagen, Tony Khan, Respekt. Also, er ist doch eher ein PR-Gag. Ich glaube nicht mal, dass er wirklich pissig reagiert. Ich glaube, er nutzt es nur aus. Er nutzt diese Vorlage von WWE-Seite, die er endlich mal kriegt, aus. AEW hat es seit Anfang an, denkt an die Drohnengeschichte damals. Das war Kodi ja sogar, lustigerweise. Denkt an viele Aussagen von CM Punk. Denkt an viele Sachen, immer wieder indirekt oder direkt gegen WWE geschossen. MJF erwähnt heute noch WWE quasi im Programm. Warum? Weil sie die ganze Zeit Reaktionen wollen. Was hat WWE die ganze Zeit gemacht? Die haben es mehr oder minder genosselt. Das Einzige, wo sie mal ein bisschen drauf eingegangen sind, dass war Triple H mal mit einer Aussage, ja, NXT ist ein Development Brand, ist genauso eine Antwort wie diese hier. Ich sehe hier eher den Promoter Tony Khan. Und da muss ich sagen, das macht er clever. Ich glaube nicht, dass es ihm darum geht, oder dass er wirklich glaubt, dass das so ist, aber er verkauft es so und generiert damit einfach Aufmerksamkeit. Das ist schon ein cleverer Schachzug. Und wie gesagt, jetzt hat er endlich mal das gekriegt, was wir wollten. Aufmerksamkeit vom Braunschwein-Primus. Und das muss man nutzen. Also, es wäre eigentlich eher fahrlässig, wenn er es nicht getan hätte. Ich bin es trotzdem kleinig, da hat sich Tony wohl persönlich eingegriffen gefühlt. Ich halte ihn nicht für so dumm, dass er wirklich glaubt, was er da sagt. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich würde da gerne mal einen Chat schreiben. Wie seht ihr das? Ist Tony Khan einer, der daran glaubt, dass das wirklich so ist? Oder weiß er einfach nur, dass er jetzt drauf gehen muss? Also, ich glaube eher Letzteres. Also, ich würde es auch unter PR verbuchen. Nichts Tolles, was jetzt wirklich Wellen schlägt, von daher auch irgendwie wieder unnötig vom guten Tony. Doch, es schlägt ja Wellen. In Social Media schlägt das Wellen, diese Aussage. Und zwar in beiden Lagern. Also, es trifft genau die Leute, die sonst sich für das eine oder für das andere entscheiden. Also, so gesehen ist das schon ein guter Move, weil er Leute erreicht, die er sonst nicht erreicht. Wenn er sonst einfach sagt, oh, YouTube announced mit und wir sind so toll und halala und hier beste, keine Ahnung, was auch immer er heranzieht, Demo, weil keine Konkurrenz war oder dann doch mal wieder die Zuschauer oder dann doch mal wieder irgendwas anderes. Record Gate. Das interessiert, das interessiert außerhalb der AEW-Bubble niemanden. So eine Aussage schon. Wenn du jetzt im Hinterkopf hast, okay, der hat gerade bei Collision mit der Punk-Story was gelauncht, was auch viele mitbekommen haben, selbst wenn sie es nicht wollten. Ich halte das für sehr, sehr clever, was er da gemacht hat gerade. Ich würde sagen, immer wenn Triple H involviert ist, nimmt er das persönlich. Aber warum sollte er? Im Übrigen, die Triple H-Aussage, Secondary Promotion ist ja richtig. Da brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Triple H shootet hier nicht. Das stellt so dar, wie es halt auf dem Markt gerade aussieht. Und da brauchen wir, glaube ich, nicht darüber diskutieren, dass das so ist. Aber es ist dann clever, das aufzugreifen und PR-Droß zu machen. Gegenfrage, ist es smart von WWE immer auf die Secondary Promotion zu gehen? Ich glaube, Matos, das ist keine WWE-Agenda. Das sind Aussagen. Ich glaube, das ist getriggert durch diese Äußerung von Cody Rhodes innerhalb dieser Doku. Das ist seine persönliche Meinung. Er hat offen darüber geredet, dass das Angebot gut war, aber er sie trotzdem für Branche-Primus entschieden hat. Das war die Aussage. Ich glaube, dem geht es nicht darum, EW kleiner darzustellen, sondern der hat einfach nur gesagt, wie es war. Daraufhin gab es Wellen. Dann wird ein Triple H darüber angesprochen. Er reagiert drauf im Media Call. Aber ganz ehrlich, nehmen wir mal weitere Beispiele, wo WWE wirklich sich damit beschäftigt hat. Also Triple H hat einmal gesagt, wie gesagt, ja, wir sind da gegen unsere Development-Dia gelaufen. Ja, aber da hat er auch recht. Ansonsten geht es doch eigentlich eher von der anderen Seite aus, was ja auch sinnvoll ist. Wenn ich die kleinere Marke habe und ich habe quasi einen Branche-Primus und einen viel größeren Konkurrenten vor mir, wer schießt dann gegen wen in der Regel? Das sind immer die Kleineren gegen den Größeren in der Regel, weil der Größere, der ist die Messlatte, der muss sich mit den Kleineren eigentlich nicht befassen. Und wenn sie es dann doch mal tun in vier Jahren oder drei Jahren, darauf warte ich doch die ganze Zeit. Ich glaube, Toni Kahn bedankt sich gerade bei Triple H für die Vorlage. Wenn ich sie nicht offiziell die Short-Brande, naja, wie man es halt braucht. Auch das ist Marketing am Ende des Tages. Nutzt du deine dritte Marke dafür, um zu zeigen, dass die anderen nicht mal das wirklich dauerhaft schlagen oder auf dem selben Niveau agieren, dann ist es halt nur eine Entwicklungsliga. Willst du sagen, wie toll dein eigenes Produkt ist, sagst du es natürlich, das ist unsere dritte Brande und wir haben viel vor. Herr Kahn, wie er es sich gibt von der ganzen Person, glaube ich schon, dass er sich sehr schnell persönlich angegriffen fühlt, weil er sich halt für so einen tollen, nicen Typen hält. Ich glaube, er versteht manchmal seine Rolle noch nicht ganz. Er ist das reiche Söhnchen mit einem Goldlöffel im Mund, was ein bisschen Wrestling spielt und so wurde er von vielen wahrgenommen. Er propagiert aber natürlich gern, dass er Wrestling wieder Leben eingehaucht hat, was natürlich seine Storys, sein Narrativ ist, was er erzählen möchte. Auch hier, er will sich natürlich platzieren im Business. Ich halte ihn, wie gesagt, nicht für so dumm. Ich halte ihn für manchmal unerfahren und er trifft manchmal aus Business-Sicht komische Entscheidungen, aber vielleicht auch aufgrund von der Unerfahrenheit und weil er seinen Weg noch finden muss, aber der Typ ist definitiv nicht dumm. Was man bei Punk halt lassen muss, dass er ähnlich wie MGF bewusst polarisiert, genau solche Leute brauchst du, um zum Akten, Leute bei der Stange halten. Ja, Charakter. Bring es auf den Punkt. Es sind Charakter, du brauchst Charakter und Tony Khan versucht auch, seinen Charakter zu finden. Seinen öffentlichen Charakter. Das lässt aber nicht unbedingt Rückschlüssel darauf zu, wie er im Privaten tickt. Wrestling geht es nun mal auch darum, eine große Schnauze zu haben. Absolut richtig. Absolut richtig. Damit sind wir wieder beim Thema eine Unterhose anziehen, eine Badehose anziehen und gut catchen können, ist eine Sache. Aber Leute emotional zu berühren, irgendeine Art und Weise, ob jetzt als Heal, als Face, was auch immer, ist dann schon eine andere Geschichte. Das können eben viele nicht in der Art, wie das ein Punk macht oder ein MGF macht. Das hätten wir in der Flöter hier nicht. Naja, aber sinngemäß stimmt das sogar. Natürlich musst du ab und zu mal auch einen raushauen. Das ist einfach so. Und du musst auch mal härter argumentieren, als du es vielleicht selber manchmal siehst. Aber das ist doch der Grund, warum ihr hier seid. Also über Wrestling reden genügend andere auch. Controversy creates cash. Simples that. Ja, ich weiß gar nicht, ob es kontroverse ist, aber du musst halt die Marktgeflogenheit mitspielen. Wenn du auf YouTube stattfindest, dann musst du halt eine Trigger-Headline haben. Das ist halt einfach so. Dann musst du uns auch die Fresse geben. Dann musst du halt auch mal hinschreiben, Disaster. Collision ist Disaster. Inhaltlich habe ich das ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Quote ist ein Disaster. Das ist ein großer Unterschied. Aber natürlich, um zu triggern, das ist ein perfektes Beispiel. Dann musst du das halt so spielen, weil YouTube so funktioniert. Und wenn du halt einfach nur in deinen Titel schreibst, Einordnung von AEW Collision, wird halt weniger passieren. Ist ja nun mal so. Lustigerweise ist das aber wirklich gerade wir im Wrestling, gerade wir Wrestling-Fans, wir wissen doch, wie das funktioniert. Es ist alles immer das Größte, das Beste und überhaupt. Oder halt im Negativen. Wir arbeiten auch immer mit Übertreibung. An jeden Ecken und Enden. Ich finde es dann immer komisch, wenn in der Wrestling-Bubble dann Leute stockiert sind, dass das Leute, die Content kreieren, auch tun. Natürlich. Heutzutage, wo jeder K-Pap checkt, brauchst du halt mehr denn je reale Hintergründe. Und wenn du willst, wäre ich Manager am Ring, würde ich Promos abfeuern, die Twitter dazu bringen, mich sofort rückwirkend abreiben zu wollen. Habt ihr die Geschichte gesehen von Paul Heyman? Die waren noch jetzt mit der Roman Reigns und er war noch jetzt in irgendeiner Nachrichten-Talkshow-Nummer da. Da hat er auch ordentlich rausgehauen. Der Kommentator sagt dann so, naja, das ist ja quasi, also er behauptet, er ist der größte Manager aller Zeiten. Und dann sagt der der Host sowas in sinngemäß, naja, es gab ja noch Bobby the Brain Renan. Und er wird todernst, ja, ist natürlich komplett in Gimmick in dem Moment und sagt halt nur, naja, der ist aber tot. Uhu, screw him and he's dead. Ja, genau das. Eine fantastische Antwort. Das kannst du nur im Wrestling machen, so eine Aussage. Aber fantastisch, ja. Bobby Heine wäre doch der Erste gewesen, der das genauso gemacht hätte. Absolut richtig. First take auf ESPN war das, danke, war das. Aber, das ist doch genau das Thema, was wir dann immer wieder diskutieren. Trigger die Leute. Die einen finden es cool, die anderen sagen, sowas kann ich nicht sagen, aber die Leute reden nicht über dich. Und das hat Tony Khan, wie gesagt, mit dieser Äußerung und in meinen Augen auch gemacht. Also von daher, das ist durchaus clever gewesen für seine Verhältnisse. Generell, man muss auch sagen, generell hatten wir gefühlt zu K-Felzeiten noch größere Trash-Talker als wir es heute haben. Deswegen ist es immer angenehm, wenn man dann so etwas wieder kriegt. Im Programm kriegen wir es halt nicht wegen PG. Bei EW ist es oft sehr gezwungen, finde ich. Und es können halt auch wenige wirklich gut. Tony Khan, auch mal loben, ja, an der Stelle. Hat er promotet.